So, das ist aber nicht die Geroffkomme. Oh Mann, ich sollte damit aufhören. Ich hätte eigentlich auch noch einen goldenen Affe Qua. Ich habe einen Eisenberg. Oh Mann, jetzt beginnt auch noch die Nacht. Die habe ich gar keinen Bock. Ich fühle mich einfach so einsperren. Ich verstehe nicht Spaß. Ich verstehe nicht Spaß. Ich verstehe nicht Spaß. Nicht Spaß, ich verstehe keinen Spaß. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Wahrscheinlich, was du vor bei dem Berg, wo ich jetzt bin. Wo ist der Mond bei dir? Nicht da. Jo, jetzt kommen die ganze Monster. Jetzt kommen die ganze Monster. Jetzt kommen die ganze Monster. Ich muss das in den Kolben schauen. Ich werde schütteln. Ja, das ist jetzt nicht da. Das hat fünf Erden in der Perle. Das sind die Erden in der Perle. Ja. Bist du auch? Da kannst du so viele Strecke rein gehen. Ich verstehe nicht. Hier ist so Richtung Sonnuntergang. Oder da bis Sonnuntergang? Wo ist der Mond bei dir? Da siehst du auch so viele Strecke rein. Wo ist der Mond bei dir? Wohin zu ihm? Wie ging's denn irgendwie? WTF? Da ist einer. Dirty Shack. Hat mich umgebracht. Doch nicht. Ich würde so gute Pippen. Ne, aber ich habe mich nicht muven können. Jetzt hat er aber ein Dierschwert, oder? Also ich habe mich muven können, aber er hat einfach so... Jetzt hat er aber ein Dierschwert, oder? Der hatte schon was ne... Der hatte schon ein verzaubertes Dierschwert. Fuck! Und... ...eisen Helm, Eisen Brustpanzer und der Rest Gold. Ja, ich habe nur... Ich habe nur... ...und... ...russpanzer vollgehen. Ja, ich habe den Kompass vollgehen können, doch. Kompass? Ne, den hat mir erstmal getrobiert. Erstmal Messages checken, nicht, dass ich jetzt noch Tennis habe. Nochmal Tennis. Ich lebe noch vor aus dem Wachstum. ACHTUNG! Für die, die alle in der Gruppe sind, werden schon heute im Laufe einer Stunde auf die Whitlist geendet. Das ist kein deutscher Ersatz und können heute schon aufnehmen. Die anderen, sprich die Community, wird morgen geendet. Sebi, Fragezeichen, kannst du heute aufnehmen? Thomas sagt, nope, der ist gerade weggefahren, der hat keine Zeit. Chris Blaze sagt, okay, ich habe die erste Folge aufgenommen. Es ist eine deutsche Folge. Scheiße, wie scheiße das klingt. Alter, bist du Hitler-Fan oder was? Wahrscheinlich. Nö. Nö. Nö sagt das. Wer warst du Hitler-Fan? Oberladen ziemlich stylisch. So. Scheiße. Wenn du nicht spielst, bist du wahrscheinlich auch nicht. FANF! Fick dich. So, bei dir läuft halbisch. Was ist da? Weg damit, weg damit. Auf Papier. Du hast 28. Wie hast du so viel fressen? Hä? Was ist? Hä? Wieso hast du so viel fressen? Wo? 28 Melonen. Ja, voll. Ich habe überhaupt überall so viel bekommen von dem Ding. Ja, ich habe ja nichts gekriegt bekommen. Ich habe so viel Pfeier bekommen. Ich habe am Anfang nur Fressen davon bekommen. Aber die Tatsache, dass manche einen Versaugungstisch haben und die Waffen und sowas da oben ist noch ein bisschen krasser. Ja. Ja. Warum bitte nicht einen Versaugungstisch haben? Oh, das ist ein Versaugungstisch. Was ist ein Versaugungstisch? Was ist ein Versaugungstisch? Na klar. Kass. Oh, Junge. Man muss halt wissen, wie viele Leute es sind. Na klar. Ja. Erschlagen. Erschlagen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, der, der Check ist gut. Der hat nämlich fast alle umgebracht. Wird auch passen. Es sind jetzt sicher nur noch so 6 höchsten daneben. Könnte ich mir einen Versaugungstisch brauchen, ist jetzt die Frage. Ich schaue mal schnell am Handy nach oder schaue einfach schnell mal nach, wie muss ich einen Zaubertisch brauchen. Ich weiß, das hört sich jetzt gerade extrem schlecht an, aber ich habe gerade wirklich nicht im Kopf. Sonst sagt man das nicht immer. Wir sind alle so Kopfloh oder Leute. Okay. Das ist einfach nicht immer halt. Nicht immer halt. Jo, ein Creeper. Ich glaube es auch. Echt? Ähm. Ja. Sau. Der ruft. Tisch. Miene. Das ist die Minekraft. Oh, es ist schon noch. Ja, egal. Das machen wir jetzt noch. Buch. Dann zwei Diamantenbrot und vier Obsidian. Ne. Das war super. Anyway, ich muss mal... Ja, wohl ja. Nach drei Minuten noch. Fünf Minuten. Schau, das sind fünf Minuten alles zu MS. Warte, ich gehe dann schon mal Verbindung tragen. Ich tränke meine Verbindung. Aber ich find so InTime, InTime war bisher trotzdem noch immer der beste Modus, fand ich am lustigsten. Ja am lustigsten, aber der ist ziemlich geil. Der ist halt für Longplay oder sowas. Der wäre vielleicht für Livestreams nicht allzu schlecht. Der ist halt für mich, wenn ich meinen Livestream bin. Ja. Wenn ich nach Prönich auf Urlaub war, meinen ersten Livestream. Weil ich nicht so arbeite hier. Wie lange Arbeit bist du total? Ein paar von 7 bis 6. Hier rutscht, oder? Mhm. Was machst du? Was machst du? Schau wahrscheinlich Livestream oder sowas. Hm. Ah, schiss. Oh dear. Jetzt habe ich zwei Diamanten. Mit so die Hand. Fuck wie viel gerade. Wie viel, hä? Drei Diamanten. WTF. Ja, fuck wie viel. Ich brauche jetzt nur noch ein Verzauberungstisch. Eigentlich könnte es sein, dass ich in diesem Dorf ein Verzauberungstisch ist. Was hoffe. Ich kriege aber nicht. Ich weiß nicht. Hm. Also, ich bin vielleicht vier. Ich bin nicht mehr an der Nichts. So, wie war nochmal die Dings für den Zaubertisch? Hab ich noch. Ähm. Hast du ein Buch? Ne. Aber ich kann den strafen. Okay. so ein buch ein buch ein buch auf der mitte mit oben dann rechts und links in der mittleren so und so jetzt da bei dir und sonst da drunter überlassen wir an nicht groß, sondern ob sie gehen so jetzt mal rein das an der das an der das an der BAAAH! Voller Sack 2. Voller Sack 2. Voller Sack 2. Uh. 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 0 geht. Plus 11 Pixel. Aber dafür halt dass man so lange spielen nur plus 11 Pixel. Ja das ist scheiße. Ja die sind ein bisschen wenig. GG. Okay dann. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's. Ich war's runter. Yo. Jaau. einfach so richtig krass drauf. Fühlt sich Kopfgeld zu. So fühlt sich er ist immer da. Da 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 dała.. Da 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 da. ை.